Ich kann dir mal sagen, das ist ein Hindernis von der anderen Geschichte. Ich weiß nicht, warum so viele Leute gekommen sind. Ich hatte so wie, er weiß das nicht, auf dem Rücken ein Schild drauf. Follow me. So wird er heiß. Aber ich hab's ja politisch korrekt. Er ist also in Deutsch geschrieben, in Englisch un-arabisch. Für die Leute, die kriegen einen Freiburg, und für die Frauen, die kriegen einen Schild für... Virgins. Was zu essen, die kommen wir. Was, 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 was in der Virgins? Was, was, was in der Virgins, in der Kirche? Nachricht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020